Hi und herzlich willkommen auf ScubaNaut. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dieses Mal mit einer weiteren Folge zur Suex VR-Reihe. Und zwar genauer gesagt möchte ich euch heute die App Suex Kalypso etwas genauer vorstellen. Bevor ich euch die App vorstelle, möchte ich euch allerdings nochmal auf meine weiteren Videos zur Suex VR-Reihe hinweisen. Ich verlinke euch die oben in der Infobox und unten in der Videobeschreibung natürlich. Einmal zum Suex VR-Unboxing, was ist im Lieferumfang enthalten, was kauft ihr da, ein paar technische Daten erkläre ich euch. Dann einmal, wie könnt ihr einen Kompass am Suex VR-T oder VR-X montieren. Und dann noch, was ist ein Träger-Lock bzw. ein Cruise-Control, wie könnt ihr diesen montieren und wo könnt ihr diesen herbekommen. Wie gesagt, die Links zu den einzelnen Videos könnt ihr unten in der Videobeschreibung finden. Damit ihr auch in Zukunft keins der Videos verpasst, lasst mir doch ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr immer ein neues Video von mir rauskommt, falls es euch natürlich interessiert. Wenn euch die Videos gefallen, lasst mir einen Daumen hoch da, freue ich mich super drüber, über einen Videokommentar noch viel mehr. Im ersten Schritt müsst ihr euch natürlich die Suex Kalypso App in eurem App Store oder Play Store herunterladen. Kommt darauf an, ob Android oder iPhone, für beide aber verfügbar. Beim erstmaligen Start der App werdet ihr gefragt, ob ihr eine Bluetooth-Verbindung zulassen möchtet. Dieses bestätigt ihr mit OK. Als nächstes müsst ihr euch noch das Legal Agreement durchlesen und bestätigen. In diesem Video werde ich nun ausschließlich auf die Funktionen eingehen, die ihr mit der Kalypso App in Verbindung mit dem Suex VRX bzw. VRT nutzen könnt. Ich werde hier nicht auf das Aeron-Dashboard eingehen. Das kann ich vielleicht in Zukunft nochmal machen, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Aeron-Dashboard zu bekommen, um auch hierfür ein Review durchzuführen. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie ihr euch mit der Batterie eures Suex VRX verbinden könnt. Diese Möglichkeit habt ihr allerdings nur bei dem VRX-Modell, nicht beim VRT, da der VRX eine Lithium-Ionen-Batterie nutzt, mit der ihr euch tatsächlich via Bluetooth verbinden könnt. Diese Möglichkeit habt ihr mit dem NIM-H-Akku des VRT-Modells leider nicht. Bevor ihr euch allerdings mit der Batterie verbinden könnt, müsst ihr zuvor den Scooter einmal einschalten. Als nächstes wählen wir den Metülpunkt Batterie an und klicken darauf, dass wir unsere erste neue Batterie hinzufügen möchten. Beim erstmaligen Ausführen wird die Liste der verfügbaren Geräte leer sein. Im nächsten Schritt klickt ihr auf Scannen Bluetooth-Devices, um nach verfügbaren Bluetooth-Geräten zu suchen. In unserem Beispiel werden uns nun zwei Bluetooth-Geräte dargestellt. Das erste mit dem SB vorgestellt ist der Lithium-Ionen-Akku und das zweite mit AZ ist das Motorkompatent. Mit einem Klick auf die Batterie fügen wir diese unserer Liste hinzu. Wenn eine erfolgreiche Verbindung zur Batterie hergestellt werden konnte, wird uns das mit folgendem Fenster dargestellt. Als nächstes sehen wir eine Übersicht der Batterien, zu welchen wir uns mit der App verbunden haben. In dieser Übersicht wird uns zunächst die Batterie und das aktuelle Ladelevel bzw. das Charge-Level dargestellt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Details könnt ihr in die Detailübersicht des einzelnen Akkus hineingehen. Im folgenden Fenster könnt ihr euch die Detailparameter zu eurer Batterie anschauen. Unter anderem die Bezeichnung, Seriennummer, Firmware-Version, der aktuelle Ladezustand, wie viele Ladezyklen bereits stattgefunden haben und wann zum Beispiel die letzte Ladung stattgefunden hat. Im unteren Bereich findet ihr auch noch ein Balkendiagramm, welches die aktuelle Spannung bzw. Voltage-Angabe der einzelnen Zellen darstellt. Dieses finde ich tatsächlich ganz nützlich, um einen kurzen Überblick darüber zu bekommen, wie der Status eurer Batterie bzw. Akkus aussieht. Im oberen Bereich der App findet ihr auch noch mal den Button Read Battery. Dieser stößt noch mal das erneute Auslesen der Batteriedaten an. Im unteren rechten Bereich der App findet ihr einen grünen Punkt mit drei weißen Punkten. Über diese Option habt ihr die Möglichkeit, die hinzugefügte Batterie bzw. den Akku wieder aus eurer Liste zu entfernen. Im nächsten Schritt möchte ich euch zeigen, wie ihr das Motorkompartment bzw. den Motor eures Scooters mit der App verbinden könnt. Über den Menüpunkt DPV Motors kommt in die Übersicht eurer Scooter-Motorverbindung. Aktuell ist diese Übersicht noch leer, da wir noch zu keinem Motor verbunden haben. Mit einem Klick auf Add your first device wird wieder die Suche nach weiteren Bluetooth-Geräten gestartet. In folgendem Beispiel wird uns nur ein Bluetooth-Gerät dargestellt, da wir hier mit einem Suex VRT-Modell arbeiten, mit einem NIMH-Akku, welcher sich nicht über Bluetooth verbinden lässt. Mit einem Klick auf Add device fügt ihr wieder euer Motorkompartment eurer Übersichtsliste hinzu, bestätigt das mit OK und seht in eurer Übersicht nun den Motor, den ihr verbunden habt. Mit einem Klick auf Details öffnet ihr die Einstellung eures Motors. In dieser Übersicht seht ihr zum einen den Namen, die Seriennummer, aber auch die sogenannten Acceleration-Ramp-Settings. Doch was sind eigentlich die Acceleration-Ramp-Settings? In den Acceleration-Ramp-Settings haben wir einen Wert von 1 bis 100, den wir bestimmen können. Mit diesem Wert legen wir fest, wie schnell der Propeller auf seine Endgeschwindigkeit kommt. Das heißt, egal ob wir Slow oder Fast angewählt haben, wir können für beide Fahrstufen zusammen definieren, wie lange der Propeller braucht, bis er auf seine höchste Endgeschwindigkeit angelaufen ist. Im ersten Beispiel stellen wir den Wert auf 10 und über Apply Changes aktivieren wir diese Einstellung auf dem Scooter bzw. auf dem Motor. Nun möchte ich euch zeigen, wie sich das am Propeller verhält und hört auch gut hin, wie schnell der Propeller anläuft bzw. der Motor. Wie ihr feststellen könnt, kommt der Propeller bzw. der Motor sehr schnell auf seine Touren. Das heißt, je kleiner der Wert, desto schneller liegt die Kraft direkt am Propeller an. Im nächsten Beispiel möchte ich euch einmal zeigen, wie schnell der Propeller anläuft, wenn wir den nächsten Extremfall auswählen und zwar den Wert auf 100 setzen. Achtet auch hier einmal wieder darauf, wie schnell der Propeller auf seine Touren kommt. Wie ihr feststellen könnt, braucht der Propeller hier wesentlich länger, um auf seine Endgeschwindigkeit zu kommen. Das heißt, ich würde nicht unbedingt 100 auswählen, das dauert alles ziemlich lange, bis er in Wallung kommt. Ich habe das Ganze jetzt mal ausprobiert auf Stufe 10, was schon ziemlich schnell ist, muss ich sagen. Vielleicht kann man da auch auf eine 20 gehen. Das muss man nochmal so ein bisschen ausprobieren, was für einen da besser ist. Aber mit 10 fange ich das Ganze einmal an. Das heißt, die Kraft liegt nicht sofort an, braucht aber auch nicht ewig lange, um in Wallung zu kommen. Ja, und das war es auch alles in allem schon, was ihr mit der Suex Calypso App mit eurem Handy und eurem Scooter bzw. dem Suex VRT oder VRX anfangen könnt. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch hiermit die Suex Calypso App etwas näher bringen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein bisschen Infos daraus mitnehmen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder rein, wenn es wieder darum geht Suex VR. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Abo da und ein Like für das Video. Viel schöner fände ich sogar noch einen Videokommentar hier auf YouTube. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen wie immer und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich bedanke mich bei euch.